Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Gartenbrunnen deinen Garten in eine Oase der Entspannung verwandeln. Unser Qualitätssieger ist der Gartenbrunnen Chium Fucopia. Dieser Brunnen ist einfach wunderschön. Bei Tag, bei Nacht, im Sommer, im Winter. Diese elegant designte Struktur wertet jeden Garten zum Freiluftmuseum auf. Das Material ist unverwüstliches Polyresin, das besonders massiv wirkt. Dieses ist außerdem sicher gegen alles. Bruchfest, witterungssicher, sogar frostbeständig. Die Pumpe ist integriert und der Wasserkreislauf ist geschlossen. Dadurch kannst du den Brunnen auch problemlos in der Wohnung verwenden. Sechs LEDs strahlen das Liebespaar am Abend an und sorgen zusammen mit dem Wasser für ein faszinierendes Lichtspiel. Die Höhe beträgt 1,45 Meter. Die Firma Chium bietet darüber hinaus eine Vielzahl an weiteren edlen Gartenbrunnen an, die alle sehr hoch bewertet werden. Die Kunden bewerten den Gartenbrunnen Chium Fucopia mit 5,0 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir den Amor Solar Gartenbrunnen Granitsäule und Schalen. Diese Gartenpumpe ist solarbetrieben und beinhaltet memory-effektfreie Lithium-Ionen-Akkus. Du musst dir also keine Sorgen um lange und unschönen Stromkabel machen. Das Wasser fließt von ganz alleine von Gefäß zu Gefäß zur Wasserschale. Diese werden von einem Leucht-Ionen-Ring beleuchtet, was vor allem nachts einfach wunderschön aussieht. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Beschädigung und vorzeitigem Verschleiß. Die Kunden bewerten den Amor Solar Gartenbrunnen Granitsäule und Schalen mit 4,8 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger ist der Gartenbrunnen Niagara. Dank des Niagara Gartenbrunnens gibt es keinen Grund mehr auf einen Gartenbrunnen zu verzichten. Dieser ist so günstig und so schön, er muss einfach in jedem Garten stehen oder auf dem Balkon oder im Wohnzimmer. Der Niagara ist ganz flexibel und macht überall eine gute Form. In den Steinformationen sind drei Becken ausgehöhlt, die jeweils mit eigenen LED-Beleuchtungen bestückt sind. Das Material ist wetterfestes Kunststein und ist auch im Garten besonders robust und pflegeleicht. Die Kunden bewerten den Gartenbrunnen Niagara mit 4,3 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, den perfekten Gartenbrunnen zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Entspannen im Garten.